Das war eine ganz starke Herausforderung im Alltag, die auch länger anhielt und wo er dann auch Suche und Hilfe auch gut gefunden hat. Da gab es Probleme im alltäglichen Schulbetrieb, wo er attackiert worden ist, wie er sich zur Wehr setzen sollte oder sich wehren kann, ohne den anderen zu schädigen. Da fand er ganz guten Halt und Information, auch kindgerecht, was wir, wie gesagt, super toll fanden, weil von Mama und Papa ist es immer so eine Seite, ist zwar auch gut, aber von jemand Neutralem eine Stärkung zu bekommen und auch fachlich dann dementsprechend war das richtig eine sehr gute Hilfe.